Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Guten Abend, meine Damen und Herren. Sie sind ja alle wahnsinnig, ohne Mundschutz rumzulaufen. Ganz viele selbst ist versiegt. Wir haben eine Epidemie. Die Krippenimpfung hat total versagt. Ich gestatten meinen Namen. Dr. Waldemar Burkhardt. Burkhardt mit CKDT. Sonderbeauftragten der Glovatis. Zur landesweiten Eindämmung dieser Epidemie. Eine erste Alarmstufe Rot. Oder besser gesagt Gel. Denn unsere Experten haben herausgefunden, dass es sich bei diesem Virus um einen hartnäckigen, hoch ansteckenden Virus von einer Gelbfieber handelt. Die Wirra sind über alle Anlecken und Ende. Es droht die Gelbe Gefahr. Die trifft das Teamwork. Hier sehen Sie jetzt so ein Prachtsexemplar des Virus Postalis. Wenn wir mal sofort in Quarantäne verbannen. Was bist du, Rainer? Hast du heute schon ein Ticket gezogen? Ticket? Was kommt ein Ticket? Wie ein Ticket denn das, Heimannstern? Hast du nicht gewusst, dass du zuerst ein Ticket ziehen musst, bevor du mit einer Autoritätsperson von der Post abschnurren? Ich bin der gelbe Reise! Der Drei-Virus ist genau größer Wahnsinn geworden. Dabei ist unsere Passler-Fast-Acht-Uresco-Welterbe. Jetzt lass mal ein Böse, Daniel. Und unsere FCB-Leiste und Tabellen-Führer und der Gesatz zum FC Luzern und da hinten... Schau jetzt, das reicht nicht! An unserer Fadenrechte wird Deutsch geschnurrt. Entweder Tosti sofort integrieren oder zu reden, dass man auch versteht. Oder sonst gehe ich heim und du kannst doch als Theater selber weitermachen. Hast du verstanden? Ja, aber... Nichts aber! Hast du verstanden, was ich gefragt? Ja, ist ja gut, Steffen. Eben, es geht ja. Aber das Problem ist damit nicht gelöst. Der gelbe Virus ist omnipräsent, wenn du posten gehst. Vom Hotel-Posten, einem Postplatz, einer alten Post bis einer neuen Post, alles, gell? Die Bahnhofstrasse wird durch die Postgasse. Und die nächste Post ist auch mal gefertigt. Im Siegel ist der Haus hinten. Im Heiligen Blut entstehen die Filiale der PostFinance. Mit einem vergitterten Hochsicherheits-Krank vom Fenster. Reine Verschwendung. Typisch Banken. Für das hätten sie als leere Amtsgefängnis nehmen können. Wenn sie ja wollen, haben der Kantonalbank-Schuppe eine Einsprache gemacht. In der Rappalimat-Hände entsteht ein nationales Logistik-Center für die eidgenössische Flascher-Post. Im Osternhof pumpen die Post Ost. Und das Teil gibt es eine Gückgalli-Post. Und für alle Kunden gibt es beim neuen Lendenwert gratis ein Glas Schülen-Most. Die Postagentur Lohrmatt reagiert innovativ auf die Euro-Krise. Dort kann man dem Postmat bereits die griechische Trachten auswählen. Und damit im Särbeln das Angelegen hinterher zahlen. In Sachen Euro-Krise ist Willisau sowieso die Zeit voraus. Wir haben das gesehen gehen und rechtzeitig den Aldi, den Lidl und den Müller angesiedelt. Statt auf Konstanz rausfahren, kannst du den Post in der Heimel sparen. Aldi, Lidl, Müller, meinst du, ist das ein Knüller? Schnäppchen jagen kann man ganz famos. Das kleine Deutschland an der Weidelstrasse. Aber seien wir ehrlich, dieser Müller hat es nicht auch noch gebraucht. So schlimm ist es doch nicht, mit dem Geld viel zu viel soll. Dass wir noch mehr Bidl und selber nötig hätten. Das meint ich auch. Aber das aller Schlimmste ist, dass ausgerechnet Büssehüldi den Laden gebaut hat. Was? Büssehüldi? Ja, klar. Alles Müller, oder was? Schöpst du es? Dieser Bau ist eine raffinierte Werbesäule für Ihren Lieblings-Ständerlots-Kandidaten. Da, mein Andermal. Was für eine kämpfliche Frau, aber was, wenn der nicht gewählt wird? Der verkauft Büssehüldi den Laden einfach im Selfie-Müller von Baden. Und der eröffnet dann ein nationales Forschungszentrum für Personenfreizügigkeit. Oder es gibt eine weitere Post für posttraumatisierte Wahlkämpfer. Interessant ist auch hier das neue Motel-Bückel, statt etwas wie der Schloss. Mit dem komischen Namen. Peter und Paul. Meinst du, gibt da so ein Etablissement? So ein Spezielles? Also, ja, halt, ich meine, vom Arm zu Arm? Nein. Sicher nicht gerade neben dem Bestatten. Der ist nicht so helpful. Mit dem Sport-Trock im gleichen Gebäude ist er ja auch aus Joint Venture eingegangen und dort die Schnapsweichen zu einem Sonderpreis entsorgen. Ihr habt ja nur keine Scheintoten verwischt, oder? Wo man kalt drauf ins Hörlima-Bierchen geschüttet hat. Dumme Kabis. Wir sind doch da nicht so. Stell dir mal vor, der Schalleseppi würde öffentlich mit der Grünen rummachen. Wart's ab. Für eine Leistenverbindung macht SPOP fast alles. Und medizinisch betrachtet ist die Leisten halt unter den Gürteln. Die Schalleseppi ist ja nie alles Wulschige Politik. So ändert laut der Regierungs- und Kantonalratspräsidenten. Als Präsident. Die Wurst ist tatsächlich ein verlässlicher Indikator für die politische Gesinnung. Noch ein Motto. Zeig mir, wie du isst und ich sage dir, was du bist. Also wenn jemand beim Wurstessen kabel, zuerst ein wenig was Ente und das andere Ente der Wurst setzt, den Vorgang mehrmals wiederholt und in der Mitte anfängt, ist er bei der CVP. Wenn sich jemand bei einer V-Party zielstrebig auf die Verkollete Wurst stürzt, dann ist er liberaler. Die Qualität spielt keine Rolle, Hauptsache schwarz. Wenn jemand sauter Schübleib stellt und der ganze Diskret ein Vieh leist, ist er bei der SB. Wenn jemand die Wurst von Hand isst und beim Essen so richtig schmatzt, spritzt und dreckt, dann ist er bei der SVP. Wenn jemand mit einer Wurst mit einer Weine von der Verachtung an die Tellerland schiebt und sich dafür mit Hegabem Senf widmet, ist es ein Grüne. Versteht als Vegetarier nichts vom Fleisch und gibt gleich zu holen auch Senf. Die Grünliberalen essen eine Art Designerwurst. Sie sieht von uns sehr gut aus, aber man weiss nicht genau was drin ist. Beim Wurstessen gehe ich sowieso am liebsten fremd. Ich habe am liebsten italienische Mortadella. Und ich österreichische Conchita. Für uns musst du ja froh sein, wenn du den Hasen auf dem Roten Wurst bekommst. Die halbe Feigzeiten legen den Laden zu. Der beste Weinisauer Gastronom wird dir sowieso zugänglich. Seine Huffspezialität? Ankerbach vom Ankerbach. Der Föhl hat den Chinesern den Offer. Nur man weiss das noch keine Knochen. Im Untertour gibt es eine exklusive Zunftmeisterpizza. Bloß, dass sie die Linie auf der Karte zum Heimvater gemacht haben. Und die neuste Innovation vom Türli. Pizzaservice Telenapf. Wenn es ja an der Fasmasse öffnet, kannst du bestellen. Kannst du sie am nächsten Mittwoch abholen. Gut, haben wir noch unser Bermuda-Dreieck. Sternen-Siti-Täuvali. So macht es wenigstens Sinn im Städtli. Die blaue Zone. Post gibt es leider immer noch keine im Städtli. Logo hat ja auch viel weniger Parkplätze dort als im Palofund. Im Gegenteil. Im Städtli schaffen meine grösste Konkurrenz. Der Kaiser Bugi mit seiner DHL-Annahmestelle. Der hat halt Kosten im Griff im Gegensatz zu deinem riesigen gelben Laden. Ein richtiger Vorzeigekrämer. Wieso meinst du? Jeden Morgen früh. Wenn ich zum Schrägler-Mediener gehe und Brotposten. Tut ihm Hugo seine Ladertochter sorgfältige Wüsste vor dem Geschäft. Läuft er mit dem Güsenscheuvali vom Amtshaus zum Rathaus rüber. Und tut den ganzen Tag im öffentlichen Güsensgebug von der Stadt entsolgen. Es wird Zeit, dass wir auch im Städtli eine richtige Post eröffnen können. Ja, die Stadtmühle hättest du kaufen müssen. Geld angemahlet wäre sie ja schon. So kannst du die roten Zahlen elegant überdecken, oder? Das habe ich schon gepostet. Die neuen Besitzer sind nur meine Straumänder. Aber am 1. März ist das der neue Standort der Willisauer Hauptpost. Und die ganze Mülligasse wird zur gelben Zone. Muss aber zum Parkieren zuerst ein Ticket verlösen. Beim Trompeter des Eckringen. Hä? Was ist das für einer? Unser Pfarrer Martin. Ob das nur noch gut kommt, dann haben wir ja an den Amtscheinen ein sinnliches Martinshorn gehabt. Gut, das ist unser Bischof nicht so stur wie der von Kurs. Da bin ich nicht so sicher. Da oben einfach zu Soloturm. Können Sie nichts gegen unsere Schwörbälle fahren und dann... Wollen Sie sich ja direkt nicht verstehen? Zurück zur Stadtmühle Post. Wir wollen an den neuen Gassen Energie nutzen. Und fusionieren die neue Hauptpost. Darum mit den Stoffzentralen. Sowieso. Die Post ist in einem anderen Mistwagenhandel. Lanciert wird das neue Geschäft mit dem Werbespot im Schweizer Fernsehen. Wir haben für diesen Beitrag einen absoluten Superstar gewinnen können. Grüezi. Mein Name ist Fischer von der neuen 4 Jahre. Willi soll von der Fischer-Bett-Wahler-Kabik. Wir fabrizieren noch unsere Bühne und Trissi-Top-Qualität in jeder Größe und verkaufen direkt am Fabrik. Da werden mit polnischen Gänse-Daunern und Federn von der Toten-Tier gewaschen, treffend gestaltet und schaltiert. Da könnt ihr die Qualitäten von der Daunern und Federn aussuchen und zuschauen, wie ein persönlicher Wohlstuhl oder Kösse angestellt wird. Und die Kuhgänge könnt ihr selber bestimmen. Da stellen wir es in der Werkstatt. Nein, damit die Dauner nicht geblügt. Das ist unsere Bett-Fahrer-Teiligung. Wenn Sie sich telefonisch den Entfohl anmelden, können Sie gleich dabei sein und zuschauen. Wir freuen uns, ob ihr einen Besuch in den neuen Filialen der Fischer-Bett-Wahler-Kabik hier im schönen Deckli-Wesau. Danke. Das neue Bauquartier müssen wir auch noch mit der Postpiliale erschliessen. Am besten in der Waldruhe. Da geht die Randschüge im Post ab. Es ist ja auch keine einfache Aufgabe, so einen grossen Laden zu führen. Eine Person alleine arbeitet das nicht. Ich habe darum einen kreativen Vorschlag an die Verbandsleitung. Wer soll los in die Waldruheruhr? Ordnung schaffen und wieder Ruhe. Wer spricht los in dem Profil? Hat der Markergefühl in Stil? Die Lösung liegt in der Jobsharing. Es braucht zwei Frauen mit harten Grimm. Gewalt nimmt werden und das ganz fix. Schrägermägel und Grünkertricks. So, es ist Zeit. Wir kommen zur Verleihung der geliebten Post-Awards für die drei grössten Flopps des Jahres 2014. Platz 3 geht an der Präsident der Stadtmusik und Brandschutzexperte Hans-Rudin Pettig. O Tannenbaum, O Tannenbaum, die Tür sind deine Blätter. Du bremst so schön zur Weihnachtszeit, kein Feuerlöscher weit und breit. O Tannenbaum, O Tannenbaum, es fehlt der Buchhalle Brandschutzschauen. Platz 2 geht an der Knopfdrucksexperte. Spät am Abend von Ozean, wo der Knopfdruck heibert zu gern. Vor deinem Zoo bald anfangt die Fuse, Döset weiter in Wohlhause. Du dein Männchenbruch verwachen, das allein wär schon zum Lachen. Auf Wohlhause zurück, geht's geschwind, spurtet wie der weisig Wind, Hechtet in den nächstbesten Wagen, bald schon gehört den Knopfdruck klagen, Tannenbaum, ich will so gern hei, doch jetzt bin ich zu Werte gestellt. Um Platz 1 geht, wie könnte es anders sein, an unsere liebe Post. Sie überfällt den Preis für Ihre innovativen Öffnungszeiten. Gehst du am Morgen früh auf die Post, fliehst du den Anseln ab in den Rost. Vor dem Schaffen tut es nicht raus, wie über noch in den engen Pfusen. Was du denn zum Postfach klären, tun sie vielleicht dir erklären. Seit fünf Minuten spät, bis am Mittag nichts mehr geht. Nach der Arbeit dann noch geschwind, das Päckchen für mein Skottenkind, Pössler lassen sich nicht stören, stehen vor verschlossenen Türen. So kann es nicht mehr weitergehen, weil so muss es zusammenstehen. Es ist einfach nur ein Schand, neue Pössler braucht das Land. Immer noch nur 20 Minuten spät. Mal noch mal, wo nehmen wir die in diese Zeit her in der heutigen Zeit? Ich habe eine Idee. Der Gali! Und der Steffe! Gali! Steffen, Gali, Steffen, Gali, Steffen, Gali, Steffen, Gali, Steffen, Gali, Steffen. Und noch eine kleine Durchsage in eigenen Sachen. Wir begrüßen euch die Frau vom Zonfmeister, unsere liebe Claudia, zu eurem ... ... sogar Geburtstag. Happy Birthday, Claudia! Vielen Dank.